So verbesserst du deine Vorhand-Technik. Ich möchte dir ganz gerne im folgenden Video einen Trick zeigen, wie du langfristig eine bessere Schlagqualität auf deine Vorhand hinbekommst. Und wie das funktioniert, das werde ich dir jetzt im Video zeigen. Und bevor es jetzt losgeht, nochmal wichtig, der Vorhand-Dominanz-Kurs ist draußen. Das heißt, wenn du deine Vorhand langfristig gut aufbauen möchtest und deine Qualität signifikant steigern möchtest, dann sei beim Vorhand-Dominanz-Kurs mit dabei. Hier erarbeiten wir Schritt für Schritt, wie deine Vorhand aufgebaut sein muss, um wirklich die beste Qualität aus deinem Schlag zu bekommen. Im Vorhand-Dominanz-Kurs ist das ganze Wissen von mir drin, wie du deine Vorhand verbessern kannst und deine Power-Vorhand erzeugen kannst. Und da bekommst du die komplette Anleitung, wie genau du das schaffen kannst und wie du den Weg dahin findest. Also, wenn du jetzt deine Vorhand verbessern möchtest, dann klicke hier unten auf den Link. Dort erhältst du alle Informationen zu meinem neuen, brandneuen Vorhand-Dominanz-Kurs. Ein ausschlaggebender Punkt, um eine Vorhand mit einer guten Qualität zu spielen, ist grundsätzlich immer die Treffhöhe. Die Treffhöhe entscheidet darüber, wie viel Energie und wie viel Qualität ich in meine Vorhand bringen kann. Wenn ihr Spieler auf der Profitour seht, dann seht ihr immer eine optimale Beinarbeit und möglichst super Treffpunkte. Und das erreiche ich nur dann, wenn ich auch genau weiß, wo ich den Ball treffen muss. Für dich als Spieler sollte eine Regel gelten. Wenn ich meine Vorhand spiele, ist die Treffhöhe zwischen Hüfte und Schulter in dieser Range immer die optimale Höhe, um meine Energie bestmöglich auf den Ball zu übertragen und natürlich auch eine gute Richtung zu setzen, ein gutes Tempo drauf zu bringen und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin in der Lage, dann den Ball sauber zu verarbeiten mit der Qualität, die ich möchte, wenn ich eine gute Treffhöhe spiele. Und die ist bei uns immer zwischen Hüfte- und Schulterhöhe. Das heißt, in dieser Range von 30 cm sollte möglichst viele Treffpunkte sein. Ich sage mal so 70-80% der Treffpunkte sollten sich da ablaufen. Und da geht es natürlich dann auch ums Thema Beinarbeit. Weil nur mit einer guten Beinarbeit bekomme ich genau diese Treffhöhe hin. Änder dich mal an deine Anfänger. Das wirft der Trainer dir den Ball zu, wenn du anfängst, Tennis zu lernen. Und dieser Ball ist meist immer genau auf dieser Höhe. Wenn ich dann als Spieler mich weiterentwickele, das erste Mal gegen einen Gegner oder mit einem Partner spiele, ändern sich immer automatisch die Treffhöhen. Weil ich muss lernen, den Ball gut anzulaufen. Und wenn ich das nicht kann, dann arbeite ich in Treffpunkte rein, die oberhalb der Schulter liegen oder die weit unten liegen. Und das wird für mich natürlich immer schwierig sein zu verarbeiten. Die Grundlage für eine gute Treffhöhe ist natürlich erstmal zum einen das Erkennen, was passiert. Wenn ich jetzt einen Trainer dabei habe oder ich spiele mit jemandem im T-Feld, dann kann ich natürlich max. fast immer auf einer guten Treffhöhe arbeiten, weil ich mit wenig Energie spiele oder Gegner spiele mit wenig Energie. Und ich bin in der Lage, den Ball auf einer sauberen Treffhöhe zu verarbeiten. Das zieht natürlich immer daraufhin ab, wenn ich mich im T-Feld einschlage, dass ich meinen Schlagautomatismus reinbekomme und dass ich den Ball, wie gesagt, auf einer guten Treffhöhe schlage. Das wird für mich relativ leicht, die Treffhöhe anzulaufen. Das heißt, ich kann hier ganz entspannt reinarbeiten, kann auf einer angenehmen Treffhöhe arbeiten. Trotzdem ist natürlich die Beinarbeit signifikant dafür, wie gut ich die Qualität des Schlages habe. Wenn Sie jetzt aber im Verlauf vom Match oder im Verlauf von der Rhythmusübung die Treffhöhe ändern, wird es automatisch immer schwieriger, den Ball zu treffen oder sauber zu verarbeiten. Wenn der Ball oben ist, oberhalb der Schulter, muss ich schon meinen Körper wegkippen. Das sieht man hier ganz gut bei dem Beispiel. Ich muss meine Schlagbewegung anpassen und das sollte natürlich in möglichst wenig Fällen passieren. Deswegen ist es so wichtig, dass ich natürlich für eine optimale Treffhöhe auch die Beinarbeit mitnehme. Das heißt, wenn der Ball hochkommt, dann arbeite ich zurück und versuche darauf zu achten, dass die Treffhöhe wieder genau da habe, wo ich sie haben möchte. Nämlich zwischen Hüfte und Schulter. In der Range kann ich den Ball am saubersten verarbeiten. Und das ist natürlich ein Thema der Beinarbeit. Ja, ich muss mich versuchen immer wieder anzupassen, um mich auch in eine bestmögliche Schlagqualität rauszubekommen. Ich arbeite zurück, arbeite auf einer guten Höhe und bin dann in der Lage, den Ball sauber in einer guten Treffhöhe zu verarbeiten. Das Ganze natürlich auch bei kurzen Bällen. Das heißt, wenn der Ball kurz kommt, arbeite, warte ich nicht auf den Ball, sondern ich arbeite ins Feld rein und versuche dann den Ball wieder auf einer optimalen Treffhöhe für mich zu haben, damit ich hier auch den Schlag sauber durchlaufen lassen kann. Das heißt, hier ist erstmal die wichtige Sache der Einschätzung. Wie kommt der Ball? Was kann ich tun, um den Ball bestmöglich zu spielen? Und da geht es natürlich darum, dass ich mich immer anpassen muss. Das heißt, meine Position muss sich verändern, um mich eine gute Treffhöhe hinzubekommen. Wenn ich merke, der Ball kommt zu hoch, muss ich zurückarbeiten und den Ball versuchen, auf der Ebene zu arbeiten. Und wenn der Ball zu kurz kommt, muss ich ins Feld reingehen und muss versuchen, hier auch weiter eine gute Treffhöhe zu spielen. Das heißt, die frühe Einschätzung der Situation ist natürlich hier ganz wichtig und das bringt natürlich auch die Erfahrung mit sich. Aber wichtig für uns Tennisspieler ist es, dass ich dauerhaft in Bewegung bin und wirklich Kleinst- und Feinstjustierung immer wieder zu meinem Abstand zum Ball und natürlich auch zu der Treffhöhe des Balles hinzubekommen. Wenn ich statisch Tennis spiele und ich bleibe hier auf dem Punkt stehen und warte, dass der Ball zu mir kommt, dann wird es immer sofort schwierig, weil ich Korrekturbewegungen machen muss. Und Korrekturbewegungen sind eigentlich das Schlimmste, was ich machen kann. Jede Korrektur sollte vor dem Treffen stattfinden und nicht im Treffpunkt. Das ist ganz wichtig für dich als Tennisspieler. Das heißt, die Beinarbeit oder die gute Korrektur findet vor dem Treffen statt, sodass ich dann optimal stehe und den Schlag schön rausbringen kann mit einer guten Qualität, wie gesagt, und bin dann natürlich in der Lage, hier noch richtig schöne Schläge zu produzieren, die auf einer guten Höhe laufen, die viel Tempo haben, die eine gute Länge haben, die einen guten Winkel haben. Das heißt, aus so einem Moment raus kann ich viel machen. Je höher die Treffpunkte werden, desto mehr muss ich runterreißen. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel keine gute Länge mehr drauf, weil der Ball flach übers Netz gespielt wird. Je tiefer der Ball ist, desto schwerer wird es für mich, das Tempo oben zu halten, weil ich nämlich dann nicht in der Lage bin, Tempo auf dem Ball zu bringen. Für dich folgende Regel, 70% deiner Schläge sollten auf einer guten Ebene laufen, damit du das Feld dominieren kannst. Wenn du merkst, dass es weniger wird, dann musst du gucken, dass du deine Beinarbeit wieder anpasst und versuchst wirklich auf eine gute Treffhöhe zu kommen. Deswegen achte ganz gezielt darauf, dass du versuchst, über die Beinarbeit, über die Anpassung an die Situation für dich perfekte Schläge zu produzieren, damit du die Oberhand auf dem Feld bildst. Also meine gezielte Aufgabe an dich, wenn du das nächste Mal auf dem Platz stehst, ich hoffe, das ist morgen oder übermorgen, dann sieh zu, dass du immer wieder versuchst, die Anpassung an die Situation oder durch die Anpassung an die Situation eine perfekte Treffhöhe zu bekommen, um hier wirklich einfach sauber rauszuarbeiten. Deswegen bewege dich gut, sei aktiv, schätze die Situation früh ein und du wirst merken, dass dann der Schlag fast automatisch läuft. So, wenn du also in der Lage bist, deinen Vorhand häufig auf derselben Treffhöhe zu spielen, dann wird deine Technik automatisch verbessert, weil du in der Lage bist, den Ball viel besser zu lenken und da hinzubringen, wo du das möchtest, natürlich mit dem Tempo und der Richtung und der Länge, wie du dir das vorstellst. Deswegen ganz gezielte Anpassung, bewege dich gut, versuch immer wieder den Ball auf eine ordentliche Höhe zu bekommen, so dass du in der Lage bist, wie gesagt, den Ball sauber zu verarbeiten. Und das muss als Tennisspieler ein Ziel sein. Es gibt kaum eine Situation, die ich nicht mit meiner Beinarbeit korrigieren kann. Deswegen sei aktiv und versuch deine Technik zu verbessern. Also das war's mit dem Thema. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß auf dem Tennisplatz und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Sven. Bis dahin, dein Sven.